Aus der Serie Futter für den Musikanten Stabo Junge Liebe Ich bin ja Oberösterreicher eigentlich, von Geburt her Also das sollte jetzt oberösterreichisch sein Junge Liebe, sagt er Neues Glück, sagt er Junge Menschen, sagt er Sollen sie finden, sagt er Brauchen Blut, sagt er Das versteht man, sagt er Keine Frage, sagt er Muss man einsehen, sagt er Aus dem Fieden, sagt er Mei, wer weiß Sozialamt, sagt er Muss man rennen, sagt er Schon bei Zeiten, sagt er Sonst ist es spät Keine Frage, sagt er Muss man einsehen, sagt er Junge Menschen, sagt er Wann sie keinen Platz hätten Das war blöd Alles Winter, sagt er Dann wird's huschi, sagt er Kirnerputzern, sagt er Muss man hatzen, sagt er Braucht's schön warm So ein Putzern, sagt er Wann sie nicht aufpasst, sagt er Ist gleich Sturm Wann gleich hin, sagt er So ein Butterstritzern Wann sie nicht einhatst, ist er frohen Junge Menschen, sagt er Sind was heulig, sagt er Wann sie sich, sagt er Wann sie sich, sagt er Wann sie sich, sagt er Wird man warm ums Herz Brauchen Blut, sagt er Muss man einsehen, sagt er Muss den Frieden, sagt er Wann sie nicht Kurzer Abriss Vielfacher Wirkungen Manigfaltiger Tätigkeiten Freundlicher Wiener Einigstolpert, außigriessen Einigdraht und umigschoben Einigschoben und einigbissen Obigdraht und umiggehoben Obiggeholt und obigkaut Umiggestanden, übergeblieben Außigtreten, einigkaut Obigdruckt und obigspüben Einigdruckt und umiggrieben Ausstalliert und ausigbissen Vierigkaut und überschrieben Ausigdruckt und obigschissen Obigzart und obiglossen Übergestanden, obigrissen Einigdruckt und ausiglossen Einigschoben und einigschissen Umigdraht und obiggestessen Einigschitt und einigdruschen Auserzogen und einiggestessen Einigdrehten Holtz dich los Der Raster und der Hilfenmeister Ach so, Sie fühlen sich wohl Na schauen wir, was wir machen können Sie haben auch innen Stolz Innen, wie Sie sagen, gesellschaftlichen Status Innen Würde Ich würde da nicht drauf bauen Na geh auf innere Rechte Wollen Sie bochen? Bochen Sie an die Hefentiere Wir wollen Ihnen nicht rauslassen Einmal zu, ist Arbeit geschlossen Einmal zu, ist Arbeit geschlossen Das merken Sie dann gleich Das reicht Das ist uns gar nicht recht Es ist alles so fürchterlich Freiheit War besser Es war keiner frei Weil was machen Sie mit der In Ihrer Freizeit Schauen Sie da Schauen Sie ja auch die Huren Näher gefräßt Weil wir von den Rall stehen Da kommen Sie noch Wie sagt man Schnellner ja So irgendwie Holt alles raster Mit den Zoden Und der Taum Bei uns Da müssen Sie gleich drauf glauben Mit den Zoden Die Parteitrag Und natürlich Mörder eingeraucht Noch So werden Sie von uns Gleich eignet So Holt die Dillen Ein bisschen Und schon sind Sie Rund vom Sprissel Und diese schwarzen Ragenfägel Na und dann komm ich Und täglich Jeden solchen Dass er gewiss Gleich weiß Wo er jetzt ist Sie werden lachen Nach einem Jahr Da haben die alle Kurze Haar Seien freundlich Manche sogar lieb Und trotz dem Auslassen wir es nimmer Seien ja da Geburtetierb Sie sehen Die Häfenmeister Haken Kann nicht gleich Wer jeder packen Fußtritt geben Und mehr zu bieten Da kannst du keine Deppen schicken Da brauchst du Hast du ein kleines Genie So eins Wie zum Beispiel mich Ja ich lese heute Einen Text Der ist entstanden Als Hungerfantasie Eigentlich Und heißt Zahn zurbeißen Oder Gewitterziege Und so geht's Zit Zwiebeln Zerhocken Zehn Zwetschgen Zerhocken Zusammenbrüsten Zit Zöberlich Zubestran Im Zart Roten Ziegenfleisch Alles zusammenrollen Und zusammenbinden Salz, Pfeffer Überrollen Anbraten Zurn Nachmen Ein bisschen Ziterspülen Zirken Zirgenschnaps Zitzahlweiß Zurgiersen Dazwischen Wieder Ziterspülen Grünes Zirgen Zweiglein Mit Zirnglassen Zurgiersen Ziterspülen Zirgenschnaps Zitzahlweiße Zwitschern Spitzer Zitrone Zirgenschnaps Zurgiersen Zucchini Mit zerquetschten Knoblauch Im Öl Zentimeter Wittelsrohr Dazu Wieder Ziterspülen Zirgenschnaps Zurgiersen Zitrone Nicht zu machen Jetzt Alles zusammen Zweieinhalb Stunden Zapper auflegen Zehn Leute Zamtrommeln Zentiliter Weiß Zirgenschnaps Zurprosten Zorter Ziegen Zirbe Durchzieht Die Luft Zappelig Zusammenstehen Zapper Zurhören Noch Zirgenschnaps Zurprosten Zeit Zeit Die zweite Auflegen Auf der Zunge Zergehen Lassen Zurprosten Zuerprosten Das selber Könnt man Mit einer Katze Ein Hund Oder ein Mehr Schweinchen Machen Sagen Öztlich Blitze Zucken Danner Rollen Hätte ich das Egal Nicht Sagen Sollen Oder ist Das jetzt Gar Ein Gewitter Züge Waren Danke Zuerprosten Also Jetzt werdet Merken Dass ich Im Zimmer In Gmohnt Habe In Herr Noles Und In Meid Und And 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 Der Kriegswerk Muss Ärger Der Doktor Habe Gesagt Ich Soll Mich Nicht Aufreng Da Wollt Die Leute Alles Sagen Zuerger Zum Beispiel Meine Doch Frau Räh Ganz Fremdlich Aber Ich weiß Dass A Fosche Haus Ganz Abfahr Die Wü Immer Aus Gä Also schleiche ich mich und gehe aus dem Haus. Ich will meine Uhr haben. Ich gehe ganz ahnungslos an. Ich steige nicht so ein Hund da innen. Die Schild von Fleischhacker sind keine. Denn ein Hund kann mir das 100 Kilogramm nicht passen. Wenn der scheißt, legt ein Kropfen nie so groß wie ein Kugel. Ich will den riesen Kropfen ausreichen. Da kommt mir so ein Junge rutschen wie beim Kinderwagen entgegen. Mit einem kleinen Hanger drehen und reicht nicht aus. Ich steige in den riesen Scheißhaufen, rutsche aus, setze mich mit dem Hintern so richtig in den Gatsch. Da hat sich die junge Blödernot aufgeregt, wie er so glücklich hat. Da gesagt, darf ich ja so etwas nicht hören. Den schwindet heim da auch. Und auf der Stirn hat mir die alte Fähe vom dritten Stock gesagt, erst kannst du nicht am Heim abschließen. Musst du, dass du hier so brauchst? Da habe ich aber meine Meinung gesagt, der Madame Lisée, so viele Wolken hat sie im Gesicht. Weißt du, der Geisterbaum blieb, du Basilisk, wunderschön auf ihren Kosten. Putz dich da nicht mit deinem dritten Arsch mit Uhren. Schau dir selber in den Spiegel. Du Grosanten. Das traust du eh nicht. Denn wenn du dich frisst, in den Spiegel siehst, wird es am Herz kein Spaß. In der Wohnung zeige ich mich aus, hau mir in eine neue Schoen, hau das aufgeschließene Gantt in die Waschmaschine, schäu ein, ja bumm, aus ist. Ob einen kurzen Glöten. Schau mir nur in Finsterst die Birne an, dass ich die Enger unsignet werde. Jetzt habe ich nur von dem Wieserbe tanzen. Ich geh ins Wieserhaus. Ich geh die Stirn runter, steig ihn bei der auf einem Desen, den der Hausmeister der Departy Gapsobacher als freies hat Linie gelassen. Der Besen schnappt auf, die ist Besenstangekloppspanne auf die Hirn, dass ich glaub, der Blemenschütz von Heimwacht hat mir ein bisschen Glötechen angetragen. Aber der Wieserbein kann ich gar nichts sagen, weil der Hausmeister ist so ein 2 Meter, 100 Kilo. Wenn man der eine mitgibt, kann man das auch mitmachen. Ganz dummisch geh aus dem Haus raus, da guckt man so ein Rostboll im Gegenteil, der mich angrenzt und sagt, na alter, was der Meieralber sehnt. Am liebsten hätte ich den Gefreis eine Knie so, und ich hab nur gesagt, wir schau dummisch, Leute, du altfertiger Mann, putzt dich. Endlich bin ich ins Wieserhaus gekommen, ich stelle mir ein Viertel von Heimwacht an der Schank. Da fragt ein Wirt, der Somsenbrotter. Na, Hustl, wirst du einmal durch ein Schlüssel nachgeschaut, und das Frauenzimmer, wo das Haus gespechelt hat, wo der eine umkriegt, und ja, schaust das. Mit einem Wirt aus Hustl, und wir sagen, mit einem Wirt und Zutl, fangen zwar Heimwachter zum Streiten an. Ich fahre eine Sackrisch-Apparaterei, da räumt der eine auf, wie sie wie eine schwirren, der duckt sich und die Fotzingerie. Jedes Hochsen macht die Kabel aus dem Hals, und es rennt wie ein Kratzer durchs Lokal, und da wird schon aus, dass er frei ist. Inzwischen hat der Wirt die Schmelden angelaufen, und was geschieht? Wir nehmen sie als Einzige mit, sperren wir ein. Da soll ich mich gar nicht aufrengen. Andererseits habe ich in Hefe endlich mehr rum, oder nicht? Ich schreie, erst bin ich angewachter, ich höre aus, ich bin unschuldig. Da kommt der Inspektor, oder wo er ist, zu mir und sagt, Drei kam fünf Wampater. Zuerst Tschechers wie ein Lockerz Hasel, aus des Hohen in den Lokalzaun, und jetzt müsst ihr unschuldig sein. Das Jacht hat den Offen offenbar, halt die Pappen, ansonsten kriegst du die Kunde wurscht, aber ohne Cent von keinem. Hast du mich verstanden? Wirkst bestimmt vierzehn Tag für die Remediene. Verhalt die ruhig, sonst hätte es Zeit, dass ich mich verginst. Welche Hände komme ich mir hin, sagt meine Nachbarin, die Funken. Na, wo war mir denn so lang, ich sagt, in Spanien vorreden. Dafür sind aber bloß wie ein Müdler aus, sagt die Nachbarin. Am liebsten hätte ich das Wirre und Träume entflitschen, aber ich kann nicht, ansonsten komme ich wieder ins Loch, eine Kreis ist schon auf der Arbeit. Ja, ja, mein Doktor hat leicht reden, wenn er lernt, ich werde mich nicht aufregen. Ganz am Anfang, wie es heute noch üblich ist, legal disclaimer. Jede zufällige Ähnlichkeit mit der Tatsache ist zufällig absichtlich, alles andere wäre frei erfunden. Bei der Herstellung der Gedichte sind keine Fichern, Trischakt oder Klangprokturen, dafür enthalten manche Texte komplizierte Wörter. Auf Vorwärter wird kein Slangworten alleine besprochen. in der Zeit schon, weil man bei uns die meisten mit sechs Buchstaben schreibt. Zwingst Risiken und Nebenwirkungen an der Schlags, mein Arzt, den Apotheker, oder umgekehrt. Und zum Copyright möchte ich auf den ödersten mir bekannten Copyright vermehrt hinweisen. Der steht in der Johannes Offenbarung, weil ich halte Johannes, Kapitel 22, und heißt frei nach Wolfgang Teuschel, Wer was dazu tut, oder weglasst, den wünschen Gretzner und Bacher zu gut sein, zum Kiel, zum Kratzen. So, wie das vorige Bild als nächstes wieder nachzwinkern. Ich weiß nicht, was soll ich heute lesen, es ist ja alles da schon gewesen, so Spülereien, wo jeder lacht, das hätte mir sicher Punkte gebracht, aber es will mir nicht gelingen und über meinen Schatten drüber gespringen. Dir wärnste Zeigefinger g'schichten, dann täte ich den Spaß von nicht runden. Nicht traurig und nicht seicht, so was dazwischen, das täte ich halt so gern erwischen. Weil, dass sich was räumt, fuhren und auch hinten, das ist gar nicht so schwer, aber für dazwischen, was gescheites finde ich, da plockt man sich oft sogar. Politik, Religion, zwei hake ich jetzt so offen, da kann man sehr leicht schwere Fälle machen. Nichts Existisches, nichts Sexuelles, nichts Rassistisches, nichts Kriminelles. Ich würde nichts anderes überbleiben, ich spezialisier mich nur auf Kinder rein. Und das Größte dazu ist die Wahrheit. Die dürfen oft gar nicht sagen, sonst hätte ich vielleicht gar nicht mit einen zweischneidigen, schwerdächter Schlumpf. Die beiden da stehen das Plakativ im Raum. Die sollten doch alle verstanden haben. Kein Lachen, kein Moxer, kein Glaschen, kein Nix. Ich lese Fälle Lachen, am liebsten, kein Nix. Des Wordnis. Ihr kennt's nein. Also, ihr könnt's mir flapen, also ihr könnt's ja nicht umr��분ieren, ihr könnt's mir loophen, ihr könnt's mir do redes documenting, me . Ich kenn's mir bearbeiten, ich kenn's mir raushauen und müssen werden. Ich auch zusammen 115- seaire respeits. Und ich falls aber 5 oder 5 fast starres los ist, das Kanstein dieses Tutoriales im드� swoje im Wasser không airplanes er hört sich. Das ist ein Punkt. mich wach machen. Ihr könnt's mit mir ausmachen. Das glaubt ihr scheinbar wirklich. Ihr wisst, was ihr wirklich kennt. Wie der eine oder der andere vielleicht weiß, verrichte ich des Öfteren die Notwürft an meine Texte. Das heißt, ich starte sie notwürftig mit Noten aus. Diese Laut Äußeren zur Gitarre bezeichnet als Gesang. Also aus der Musik ein bisschen was, was sehr wichtig ist, grob ist. Früher hat man so alte Dünne geiler Rampensack gesagt. Früher war's einfach. Hast du runtergeschaut von der Dünne, in den ersten paar rein, legst die Rodis, in der Bündner ein paar Journalisten und auch ein paar Bands, zwei junge Langhaarige mit farnisierten Gesichten und den neuersten Videokameras. Das waren die tolle Zahl der Rosauer. Und rechts die Gruppisten. Heute sagt er es genauso einfach. Wo ich's die Rodis, in der Mitte ein paar Journalisten und auch dabei ist, zwei alte Langhaarige mit farnisierten Gesichten und den neuersten Videokameras. Immer noch tolles, bei ihren Rosauer. Und rechts die pensionierten Rodis. Und die Gruppis sind auf der Hauptbühne bei Tokio unter. Bleib mal in der Musikgeschichte. Vier Stunden lang haben wir gespielt, von Rock'n'Roll bis wache Tanz. Wie mührt man sie da viel? Das geht an die Substanz. Dort freust du auf ein Tschig, auf ein kaltes Bier in aller Ruhe. Holt bis so aus, der Kick. Ob ein steht da noch bevor. Zugabe, höre Schrein. Zugabe, man muss das sein. Zugabe, wohin's hören, was einer passt. Dabei gibt's gar kein Wirtes, was so heißt. Applaus